Wo ist das echte Meerschweinchen? So begann alles bei mir vor fünf Jahren mit meinem ersten Video. Und hier habe ich versucht, das mit der Jamie, mit meinem jüngsten Meerschweinchen nachzuspielen. Also sie heißt jetzt Jamie, ich habe sie ja erst zehn Tage. Ihr habt mir super viele Vorschläge geschrieben, Namensvorschläge. Und die Schwester heißt ja Amy und sie heißt jetzt Jamie. Also ich wollte unbedingt, dass sie ein bisschen ähnlich klingen. Und wenn ihr Lust habt auf das Originalvideo von vor fünf Jahren, dann habe ich in der Infobox einen Link. Und da könnt ihr gerne euch das Original anschauen. Die Jamie ist leider nicht so kooperativ gewesen. Ich habe hier mehrere Szenen drehen müssen mit ihr. Und ich wollte sie auch nicht zu sehr ärgern mit diesen Blühschmeerschweinchen auf der Decke. Aber ich finde, es hat sie ganz gut gemacht. Und vor fünf Jahren waren es ja auch zwei Meerschweinchen. Das ist ja auch nochmal was anderes wie hier alleine mit den Blühschmeerschweinchen. Hier sieht man auch das schöne Ohr von ihr. Diese besondere Zeichnung. Und die ruckartigen Bewegungen zeigen auch, dass sie ängstlich ist. Und jetzt pieselt sie mir auch noch auf die Decke. Und weg. Und das war's für heute. Tschüss.